Herzlich willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft. Leider heilt es momentan ein bisschen, weil wir in der neuen Wohnung sind, aber es ist in den nächsten Tagen auch wieder behoben. Wir questen jetzt weiter, also Shige und ich, und wir haben unsere Daily Instance jetzt schon gemacht, dass wir euch damit nicht nochmal nerven. Ja, ist ja immer dasselbe, wir haben nur die eine, oder? Ja, es gibt momentan nur die eine Instance. Die nächste Instance zeigen wir euch natürlich wieder. Oh, stirb. So, nebenbei, zwischen den ganzen Aufnahmen haben wir natürlich immer die Garnisionsquests gemacht, also da sind wir relativ weit und es fehlen nur Charaktere. Also, ich hab, meine Charaktere sind schon, glaub ich, Level 96. Ja, meine sind auch 94. Das, äh, ja. So, hier die Leute auftauen, wenn du noch einen siehst. Ja, ich hab hinten noch einen. Ja, Mann, der geheilt. Auftauen. Gegengifte abreichen. Und jetzt sind die drei großen Hütten hier. Oh, hast du schon in die Hütte? Meine, komm. Ja, hier rechts war auch eine. Was, sollen wir hier tun? Die drei Bosse. Achso, die hier liegen. Ja, ja, ja. Spawnt ist er schonmal? Hm. So. Wie weit sind wir hier eigentlich in dem? Warte, ist er gespawnt? Ja, jetzt ist er gespawnt. Hier, man sieht schön, ähm, geschichtsmäßig sind wir hier bei Stufe 3 von 6 und ich würde sagen, es lohnt sich wirklich alle Quests einmal mitgemacht zu haben, um die ganzen Begleiter zu bekommen. Auch wenn du nicht sagen musst, dass ich mit meinem DK nicht viel Glück hatte, hast du schon einen epischen Begleiter? Äh, nee. Zwei seltene und zwei normale. Einen epischen. War da eigentlich, aber vielleicht kippen wir noch einen. Ist auch gerade umgekippt. Ja. Hm, als ich jetzt mit den anderen gespielt hatte, äh, hier, Lion spielt Horde, da sind wir auf den Trieger gekommen, dass alle Rahmobs immer direkt wieder spawnen. Du sie aber nur einmal looten kannst. Okay. Weil die anderen, die die immer wieder spawnen, die werden auch mit dem Totenkopf auf der Karte angezeigt, aber der hier unten spawnt nicht. Also, ich weiß, dass hier unten einer war. Da kam ich aber nicht über diese blöde Mauer. Hm. So. Ähm, wir haben mittlerweile, das kann man ja auch mal sagen, aber die meisten Leute, die spielen Wissenshalt, ähm, zwei verschiedene Segen an diesem großen Stein, den wir in unserer Basis haben. Und, äh, da gibt es unterschiedliche Buffs. Ich habe diesen Schamanenwolf, guck, er kann mir gerade hinterher. Hm? Siehst du den Wolf bei mir? Jawohl. Ach, dann läuft der Wolf. Ja, ja, der. Ja, ja. Der kämpft für mich. Und du hast da, glaube ich, einen Buff, dass du 30% schneller läufst, außerhalb des Kampfes. Das muss in dem Dorf drinne sein. Oh Gott, ist das blöd hier. Geht das da hoch? Na, halb. Aber hier ist eine Höhle, jaja. Gut. Da ist er. Wunderbar. Das Bell geklaut und zurück. Wunderbar. So. Jetzt gehen wir erst die beiden zurück abgeben. Wir hoffen, dass dann keines mehr kommt. Mhm. Weil dann können wir nämlich weitergehen. Ich gucke nochmal hier unten in der Ecke eben. Den Totenkopf müsste man ja auf der Karte sehen. Ja. Guck mal, hier ist nix. Ach ja. Wie schön wäre jetzt fliegen können. Ach, Mann. Ja, es ist ja immer viel zu einfach. Ja, deswegen, ja. Ich glaube, die wollen alles einfacher machen, dann nehmen wir das Fliegen weg. Das ist gemein. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ich bin hier. Lauf mit dem Rudel. Es gibt einen Ring. Hast du bessere Armschienen bekommen? Ich glaube nicht. Hat er? Nee. Hat er gerade in der Indie, hatte ich Armschienen bekommen. Meine Armschienen waren eh noch schlecht. Das ist hier hinter. Kommt man da über den Turm rein? Vielleicht. Ah ja, genau. Bestimmt. Da hoch. Ich gucke mal raus. Nein. Oh, das Fenster. Questen geht viel schneller. Also, das hat jetzt richtig viel XP schon wieder gegeben. Ja, man kommt hier rein. Das war bestimmt ... Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich muss mich einmal hochheilen. Tot, ich habe keinen Selbstziel mehr, den ich einfach so drücken kann. Also, ich brauche jetzt einen Mob, um mich zu heilen. Das ist scheiße. Da unten ist die Treppe. Haha, ich habe die Treppe gefunden. Bist runtergesprungen? Ja. Ich bin hier. Hier ist der Eingang. Moment, mein Ohr juckt. Ich springe über die Mauer rein. Bin auch drin. Okay. Guten Tag. Eine Arena. Oh, eine Lanze. So, was muss ich mir holen? Einen Flock. Ne, die Köpfe draufspießen, damit er kommt. Jetzt provozieren wir hier irgendwen. Okay. Komm, mein Frostwolf wieder. Dein Freund und Helfer. In der Not. Hunter würde ich ... Hunter ist ja meine Main-Klasse gewesen damals. Ich habe ja nur Hunter gespielt. Aber ich habe den Hunter leider nicht mehr gespielt, wo man alle seine neuen Pets für kurze Zeit rufen kann. Ah, scheiße. Zuhandlung da. Und ich habe ja alle Geister-Pets. Ich habe sie ja damals alle gesammelt. Das muss schon geil aussehen. Hammer Nummer 5. Weiß es. So, warte. Doch, gehen wir erst raus, oder? Ja, ja. Ja. Das sollte ja deine letzte Quest hier gewesen sein, eigentlich. Jetzt müssen wir wieder hochfahren. Mhm. Aber dann können wir sowieso den Flugtypi nach ... ... zu den anderen ... Wieso? Ich habe hier noch welche. Ach, du? Ach, da oben ist noch einer. Ja, ja, ja. Na, okay. Level 100 steht hier. Der Feuerfürst. Du Bärli. Wieder nichts verbessert worden. Ah, ich aber. Ich aber, ich aber, ich aber. Wooo, Epic. Epic? Epic. Geil. Von Grün auf Epic? Ne, von Bluff auf Epic. Bei mir hatte die Quest von vornherein nur Grün. Echt? Als Belohnung. Ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet, aber er ist auf jeden Fall Epic. Okay, was tauscht du denn da aus? So ein Schamanenstein. Gibt das einen dritten Buff oder einen kann ich mir hier aussuchen? Ding. Goal. Sehr geil. Ja, hier könntest du den Buff ändern, wenn du willst. Ah ja, dann hole ich mir einen. Ja, hier sind die Steine. Welchen? In rechten, oder? Ist egal, du kannst danach auswählen. Ach so. Dann kannst du den Stein dran gehen und auszoomen. Das Spiel ist zwiesprach gehalten. Wolf oder Geist? Äh, Geist oder... Ich habe Segen des Wolfes genommen. Okay. Wolf, Wolf. Da ist Maru. Maru? Ja. Echt? Ist hier gerade vorbeigerannt. Ach, süß. Ja, die WU-Welt ist klein, ne? Lass sie runter, lauf. Jawohl, ich folge dir. Ich kürze ab. Warte mal, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nimm mich mit. Oh Gott, bring mich nicht um. Eisige Pfade, wir können ein bisschen tiefer fallen. Mhm. Du kriegst überhaupt keinen Fallschaden, oder? Doch, du kriegst auch. Ja, ist der Ektis eigentlich, wenn ich dann Katze bin und eisige Pfade habe, dann kann ich doppelt von so hoch springen. Ich glaube, du hast ja die Glyphe nicht. Nee, aber Katzen kriegen generell weniger Fallschaden. Ja, ich meine aber eisige Pfade-Glyphe. Das macht ja nur weniger Fallschaden, wenn ich die Glyphe drin habe. Und die hast du ja nicht. Aber das zu trinken, die schütten. Oh, ach. Kann Level nicht schneller gehen. Ich finde, die Karte ist hier so... Es müsste noch eine kleinere Karte geben. Man erkennt hier so schlecht drauf, wo man langen muss. Das stimmt. Aber ich habe es zu gefixt gekriegt. Mein Spiel läuft jetzt ordentlich, so halbwegs. Quest abgeben, hier. Bringt das zu Ende. Kinder. Halt, stopp, bleib stehen. Warum? Weil wir haben hier... Wir müssen sagen, dass wir bereit sind. Ich bin bereit. Beförderung. Mein Vater wird mich... Euer Vater wird trauern, so wie ich getrauert habe. Benachrichtigt das Rudel. Die Söhne des Eisenwolves sind aufgespürt. Lokta o gar. Über die Horde. Aber ist schon schön hier eigentlich, ne? Ja, ich finde es allgemein auch gut gemacht. Also klar, die Kosten würde schneller gehen. Aber ich finde es... Also ich würde es mir gerne einmal angucken. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass es lange dauert. Einmal will ich es schon sehen. Dein Gerät klappert. Ja. Also töten. Töten, 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 töten. Nein, nicht schubsen. Töten. Halle umbringen. Das, kann man das angucken. Okay. Was ist das? Der Leichnam sieht frisch. Kann ich den explodieren lassen? Guck mal wie geil. Kann ich den explodieren lassen? Nein, wohl kaum. Jetzt provoziert er sie hier in der Leiche. Wir müssen uns wieder ausbaden. Ganz klasse. Also komme ich, die Köpfe seiner Söhne zu holen. Wer von euch ist auch genug, mich aufzuhalten? Weg. Ein paar kommen hier. Da hüpfen sie schon runter. Da sind sie, die Schweine. Klippenspringer, Riesentöter. Vietnam. Der Grundjäger. Alle niedermachen. Wer noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Nieder. Abort. Looten und leveln. Da, fertig. Sehr gut. War echt anstrengend. Zwei Quests. Hier ist noch einer. Ja, ja. Okay. Stürmt das Lager. Das können wir. Stürmen, Lager stürmen. Das ist easy. Das ist noch einer. Der stürmt das Lager schon. Hier pfeift einer ab. Ich habe die Pfeife gehört. Ja, ja. Ich habe den Wolf hergepfiffen zu mir. Ist ja geil. Der hilft mir jetzt. Ja, ja. Das war klar. Achso. Nee, ich war nur von der Pfeife gehört. Ich habe nicht aufgepasst. Lass mich. Hallo. Ich laufe einfach mal mit Pestilenz eben durch. Ich stecke mal eben alle an. Jetzt sind ja wieder seine Keime und stecke die überall hin. Ich habe alle, glaube ich. Sehr gut. Ja. Das sind auch die Bosse. Aber. Da ist noch einer, der hat dich angesprochen. Er ist fast tot. Ich habe ihn weggesnackt. Schnecki Schneck. Was ist denn hier in dem Gebäude drin? Was müssen wir hier machen? Äh. Verlisten, das Sonderhöhlen zerstört. Ist das Schmelzofen irgendwas? Warte. Nee. Hier. Hier. Oder? Der hier. Ja. Der steht davor. Lüppi. Oh, nicht, Fräulein. Hast du Rahmen oben links, oben links? Oh, scheiße, schnell. Ich kann nicht aufmauten. Ich aber? Jetzt. Richtung? Ja, ihr siehst ihn doch auf der Karte oder nicht? Ja, ja, aber ich frage mich gerade, wo ich da hochkomme. Aber jetzt, jetzt. Da? Nee. Ja, doch, doch. Und jetzt da oben links. Und wenn es oben ist. Kann ja auch unten sein. Ja, müsste aber hier sein. Ja. Ja, ich seh ihn. Ich häng an der Ecke fest. Der eine will nicht angreifen, weil die noch auf einen Kumpel warten. Aber nicht wir. Klop, ta, oh geil. Ist euer Kumpel, da ist es der Ton. Kommt lieber Elfen. Bein Schweinchen. Jawohl, komm schon. Na. Ninja, Ninja, Ninja. Leder. Ein Gürtel. Yay. Bam. So läuft das hier. So läuft das hier. Leder Gürtel. Leder Gürtel. Nur für mich. Woo. Okay, weiter geht's. Da sind die Ballisten. Hm? Aber jetzt noch Vorrede. Die sind oben. Hier sind ganz schön nervig, die Kleinen. Guck, der Rahmomspond auch nicht schnell neu. Und den nehmen wir auch noch mit. Okay. Warte. Okay. Warte. Vorrede. Sind die oben? Warte eben. Achso. Jetzt. Gut, gut. Hier ist eine Trophäe. Ich will die mal kaputt machen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Ich glaube, man trifft sie auch gar nicht. Ich treff die nicht. Hm. Ich kann mich auch mal nicht verfolgen. Hallo. Ich kann mich auch mal nicht verfolgen. Die haben mich vom Dingens geholt, die Schweine. Hey. Die Lasttiere oder was? Die Dinger hier. Ah, nee. Hier brennt's. Und wieder raus. Hörbop. Jetzt. Zurück. Geh hoch, zurück. Nee, nicht ganz zurück. Welche Quest ist denn oben links? Wenn ich da rübergehe mit der Maus, zeigt er mir nix an, leider. Oben links ist ein roter Kreis bei mir. So wie, da ist was, macht was. Nee. Auf der Karte. Bei mir nicht. Hm. Bist du da? Ich bin unterwegs. Wie geht's weiter, Kommandant? Wie geht's weiter, Kommandant? Ja, ich bin unterwegs. Sonst befreien. Hm. Gut. Der ist verbuggt, glaube ich, weil ein Bestiens Thema, der hängt da auf Entkommen. Ja, shit, ja, okay. Das ist ein Böser. Ein Böser? Ja, ja, komm, lauf mal einfach weiter, denn die Mobs sind ja nicht besonders helle. Hm. Ich glaube, sind gerade alle schon weg. Nein, nein. Aua, ich hab mich zu verwirrt. Ich hab mir noch Artefakt eines gefallenen Frostwolf. Da ist ein neuer gespawnt. Nee, ist das ein Böser, oder? Nee, 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 der ist Elite. So, wo kriegen wir denn so ein Artefakt her? Ähm. Hier, die liegen auf dem Boden. So, Beutelchen. Ich bin kein Kampfverwickel, vielleicht noch mal. Da hinten, na, nee, das ist immer auf der Verpackte. Na, die Beutel liegen immer an diesen, äh, das Knochen, also da finde ich die jetzt gerade immer. Hm. Ich bin zum Glück für alle da. Jetzt ist nur keiner mehr eingesperrt. Ja. Auch da vorne, oder? Das ist der Verpackte. So, das ist der Verpackte, ah, kacke. Ist das ein Allianzler? Oh, nee. Pff. Da hinten, äh. Direkt drauf. Ich töte mal die hier, mal, oder bringt das ja was. Hm. Nee. 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 Nehmen wir mal an, der Verpackte, man bräuchte den, also es gibt nur drei. Dann fehlt uns ja immer noch einer. Hm. An dem ist nix zu machen. Mist. Hier ist noch so'n Ding. War noch ein, ein Sammelding und dann hab ich das schon mal geschafft. So, die Sammeldinge hab ich. Ich auch. Oh, nee. Oh, nee. Eins fehlt noch. Ja. Bin Level up. Sehr gut. Ich nicht. Oh, neuer Dungeon verfügbar. Uh. Was ist denn da? Drenor-Bonus freigeschalten. Yeah. Das Glück oder Level? Level wahrscheinlich, also Ruf, oder? Nee, kam mit dem Level up. Bin auch kein Level up, warum nicht? Hast du ne Garnitions-Quest gemacht mit? Oh, oh. Nein, komm mit, komm hier runter. Hier ist einer gespawnt. Okay. Hast du ihn bekommen? Hm. Nein. Dann komm runter, hier ist noch einer. Ja. Eile. Schnell. Spawn also neu. Was hat für Pi? Jetzt wird gewürfelt. Ach. Gier, ne? Oder Entzaubern. Ja, Gier und Entzaubern ist dasselbe, glaube ich. Vom Würfelfalten her, oder nicht? Ja, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe. Verstehe nicht. Also, du kriegst, also Entzaubern, Mats verkaufen und sonst heißt, ach nee, du willst ja kein Geld. Ach, jetzt schon. Okay, dann ist egal. Naja, ich finde, direkt verkaufen geht schneller. Du bist auch so ein Mensch, der immer unendlich viel Geld hat in V.O.W., oder? Ich hab unendlich viel Geld. Ja, weißt du. Weil ich einfach Sachen direkt verkaufe und nicht erst über 10 Umwege. Hast du den bekommen hier? Nein. Also, da musst du echt mit einen angreifen, damit das klappt. Aha, super. Ja, da oben liegt noch einer. Dann mach du den einfach ganz hinten direkt. Mach einfach durch mit Sprint oder so. Ich kann nicht sprinten, ich hab alles auf CD. Ist da noch... Da stehen noch welche dran, ne? Ja. Haben wir mal lange Respawn-Zeit gehabt. Was denn? Abgeben, ne? Ja, ja. Sollte ich auch Level Up sein? Mir steht das hier, aber das ist falsch. Mhm. Ist das unterirdisch wieder? Ähm. Gute Frage. Möglich wäre es. Ihr sagt uns scheinbar, sonst sterbe ich. Der Grulux-Unterschlupf. Das hört sich unten an. Lass da wieder reingehen. Ja. Hier geht's nicht rein. Ähm. Aber hier ist richtig. Warte, dann müssen wir hier rechts lang. Also, hier den Weg folgen. Oder? Gucken wir mal. Doch, hier geht's runter. Hier geht's runter, ja. Ich kann... Hier drinnen kann man nicht maunen? Nee. Reise gestalten? Nein, auch das nicht. Ich kann unheilige Präsenz. Dann uns sprinten lassen. Los. Hier links. Wihuuu. Uh, dann sehen wir ja noch die neue INI. Yeah. Ja. Er ist ein Großer. Noch nicht mit dir kämpfen, also ich bin noch nicht da. Mhm. Ich geb jetzt ab. Und nehm jetzt an. Jo. Ja. Dann muss ich jetzt wieder sagen, dass ich bereit bin, ne? Echt? Okay. Ich komme euren Kopf holen. Hahaha. Ihr hättet tot bleiben sollen, Gunnar. Dann hättet ihr länger gelebt. Donnerfürsten, entfesselt die Bestie. Frostwölfe, tötet den Kron. Tötet den Feigling. Und danach machen wir einen kurzen Cut. Jo. Du machst das zu Ende und moderierst dann ab. Und dann verberst. Jo. Juhu. Uh, da ist er down, da ist er down. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter mit neuer Ini und weiteren Quests. Bis zum nächsten Mal. Tschau tschau. So, bei mir gibt's jetzt auch eben einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich geb eben noch schnell die Quest hier ab. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.